Hoch die Hände, Wochenende. Servus, hallo, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Star Child, wo wir ja immer mal ins Wochenende hineinschauen. Heute ist ja Freitag, ein ganz besonders toller Tag, weil Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Somit wollen wir schauen, was sind denn da für Energien da? Was gibt es denn da Allgemeines zu sehen fürs Wochenende? Was gibt es da zu sehen? Und in der Liebe natürlich, die Liebe, auch wenn man immer ganz viel auf sich selber schaut, in sich ruht, in seiner Mitte ist, ja, ist da immer noch Liebe und da ist ja immer, wo Liebe ist, auch ein Wunschpartner. Deswegen schauen wir da auch mal kurz in der Liebe vorbei. Dann, was ist ganz besonders richtig und wichtig für dich? Und dann natürlich noch eine Botschaft aus der geistigen Welt, bevor wir eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karte entdeckt ziehen. So, wir wollen jetzt mal eine Auslosung machen. War ja im Loszopf drin. Hier, ja, ein wunderschönes Hart und Sohlen-Glück-Kartendeck verschenke ich im Wert von knapp 40 Euro, glaube ich. Haben wir mal die Tage zusammengezählt. Also da sind ja schon mal einige hundert Euro durchgeblasen worden an Verlosungen. Und wir schauen auf jeden Fall mal, wer hat denn dieses schöne Kartendeck gewonnen. Der oder die Gewinnerin wird jetzt gezogen. Wir schauen mal. Der, nee, die, Edda Leonard. Herzlichen Glückwunsch. Ja, melde dich bei mir. Du hast dieses wunderschöne Kartendeck gewonnen. Kommst gleich davor. Und alle, die die nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Da ist bald wieder das Nächste im Lostopf drin. Ja, also alles gut. Gut, wir wollen mal weiterschauen, was wir da so verlosen könnten in der nächsten Zeit. Okay, die nächste Verlosung mache ich auf meinem Angel Readings Kanal. Da mache ich nachher auch gleich noch ein Video. Weil im Angel Readings Kanal ist unten drunter immer mein Shop eingeblendet. Da verlose ich dann mal einen Artikel aus meinem Shop. Ein Tanktop, ein T-Shirt, ein Sweater, ein Hoodie, Taschen, was es da so alles gibt. Kannst du auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Und da verlose ich dann mal ein Teil. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich das dann im nächsten Video auch anpreise. Also rüber zum anderen Kanal gewinnen, tolle Preise absahnen. Weil bei mir gibt es nichts zu kaufen. Ja, ich verkaufe dir keine Wunscherfüllungskarten, Steine oder Eier. Sondern bei mir gibt es eben Dinge umsonst zu gewinnen. Ist doch auch klasse. Also gut, wir wollen mal reinschauen. Ich gehe mal in die Ecke rein. Und wir gucken mal, was wir denn da fürs Wochenende an Energien haben. Wenn wir ein Bild bekommen, sind wir alle glücklich. Ich, jawohl, liegt ja auch schon fast gerade da. So, Moment, gibt mir eine Sekunde Zeit. Weil sonst dreht mein kleiner Monk am Rad. Und wir wollen mal schauen. Wir gucken als erstes mal in die allgemeine Energie. Was gibt es da so Schönes zu sehen fürs Wochenende? Worauf können wir achten? Worauf können wir uns freuen? Schauen wir mal an, was uns die Karten tragen. Oh, da sind gleich zwei. Ach, das ist interessant. Wir haben hier nämlich zum einen die Routen. Die stehen ja auch gerne mal Diskussionsstreit, Zweifel. Aber eben auch für einen inneren Konflikt. Also du darfst am Wochenende auch mal schauen, wo bist du nicht so ganz mit dir im Reinen? Was ist überhaupt ein innerer Konflikt? Ein innerer Konflikt ist ganz einfach erklärt. Wenn du etwas tust, auf das du eigentlich gar keinen Bock hast, dann bist du nicht mit dir im Reinen, bist du nicht in deiner Mitte, nicht bei dir. Ja, dann bist du irgendwie in Schieflage geraten. Innerer Konflikt. Ja, das ist etwas, wo du jetzt auch mal in dich hineinschauen darfst. Und kannst sagen, okay, hier und da im Leben mit Menschen, mit Themen, auf der Arbeit irgendwo, ist schon irgendwas, was sich für mich nicht so ganz sauber anfühlt. Ja, und da darfst du natürlich auch drauf schauen, auch wenn es zum Beispiel in der Liebe ist. Wenn du zum Beispiel merkst, ich gebe sehr, sehr viel Energie in eine Partnerschaft, in eine potenzielle Partnerschaft rein. Es kommt aber vielleicht auch nicht so viel zurück. Ja, und da ist nämlich jetzt als zweite Karte auch noch der Fuchs gefallen. So, und der Fuchs sagt, okay, sei schlau. Der Fuchs ist ein schlaues Tier. Ja, du darfst dir jetzt am Wochenende also auch mal in der allgemeinen Energie Gedanken darüber machen, wo bist du mit dir selber nicht so wirklich im Einklang. Wo machst du was, um jemandem einen Gefallen zu tun? Wo machst du etwas, um jemandem zu gefallen? Wo machst du was, wo du eigentlich gar nicht sein willst? Oder wo denkst du, du gibst mehr, als du kriegst? Also da darfst du mal genauer hinschauen. Das ist eine interessante Energie, die beiden Karten. Aber wir wollen ja natürlich noch eine dritte Karte haben. Eine dritte Karte. So. Aha. Dinge mal neu anpacken, neu anfassen. Hier ist das Kind gefallen. Das ist ja so die Karte für einen Neubeginn. Ja, also der Neubeginn auf jeden Fall hier in Bezug auf diese beiden Karten zu schauen. Okay, hier und da bin ich gerade in meinem Leben nicht so ganz auf Kurs. Da fühlen sich Dinge nicht gut an. Da bin ich nicht in meiner Leichtigkeit. Da darf ich Dinge anders oder neu machen. Also ruhig mal die Energie am Wochenende nutzen und sagen, okay, da schaue ich mal, dass ich die Dinge irgendwie so regle, manage, anders mache oder auch gar abgebe, dass ich mich wohl fühle. Okay, also gute Energie allgemein. Hier geht es ja am Kanal hauptsächlich auch darum, was kannst du für dich selbst so ein bisschen tun. Aber wir schauen natürlich auch in der Liebe vorbei. Und das machen wir auch jetzt gleich. Und schauen mal, was wir denn da so Schönes finden. Also, okay, da ist ja schon mal der Schlüssel gefallen. Sehr, sehr schöne Karte, gerade wenn es um die Liebe geht. Weil der Schlüssel, das ist die Erfolgskarte im Deck. Also da riecht es mir schon nach Erfolg bei irgendetwas, was mit der Liebe am Wochenende zu tun hat. Schlüssel löst auch Dinge, da geht es um Lösungen. Da geht es natürlich auch darum, jemand öffnet sich dir, du öffnest dich jemandem. Der Schlüssel natürlich auch gerne mal. Grundsätzlich die Erfolgskarte im Deck. Also wo auch immer der Schlüssel fällt, da riecht es schon nach Erfolg. Na, und wir wollen auch mal schauen, ja, bei was denn überhaupt? Was redet der Patrick denn da? Dann schauen wir mal die nächste Karte an. Ah ja, okay, also wenn du so, wenn du dich angesprochen fühlst, dass es in der Liebe gerade, ja, ein bisschen kompliziert ist, dass es verworren ist, na, die Schlange, langer Weg, Umweg, Komplikationen, Verstrickungen. Ja, also da gibt es auf jeden Fall dieses Wochenende Erfolg. Hat, glaube ich, sogar ein bisschen was mit der Hauptenergie zu tun. Innerer Konflikt, na, Zweifel, Schlange, Komplikationen. Na, wenn da der Schlüssel dazu fällt, kann ich mir gut vorstellen, wenn du das Thema hier oben angehst, wird sich auch in der Liebe etwas tun, dass du sagst, ah ja, ich sehe jetzt eine Lösung in Bezug auf mein kompliziertes Liebesleben. Ja, also eine Idee, ein Einfall, kann natürlich auch ein Rückzug sein, na, dass das Herzblatt auch mal auf dich zukommt, wenn er merkt, du ziehst dich zurück, immer ein adäquates Haushaltsmittel. Wenn du merkst, mein Wunschpartner, ja, der beißt nicht so richtig an an meiner Angel, ist er erst irgendwie da, aber irgendwie auch nicht, dann ist es mal ganz gut zu sagen, okay, dann ziehe ich mich mal zurück und schau mal, ob er auf mich zukommt. Na, ja, da haben wir auch noch mal das Schwert. Da geht es um Entscheidungen. Na, das Schwert entscheidet Dinge. Und da geht es darum, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf Dinge, wo du sagst, in der Liebe, da ist es mir gerade so ein bisschen kompliziert. Ich muss jetzt mal Dinge ändern, weil sonst laufe ich dem ja noch ewig hinterher. Sonst kommt der nie auf mich zu. Du wirst eine Idee bekommen, wenn du hier mal anschaust, was fühlt sich nicht gut an, dann wirst du vielleicht auch aufs Thema Liebe kommen und hier Dinge anders machen, neu machen, dann schaut es mir hier sogar auch nach einer Lösung aus. Also das ist eine interessante Reihe, die wir da haben. Aber wer wäre ich oder wer wären wir hier am Kanal, wenn man nicht mal immer reinschauen würde, was ist denn ganz besonders richtig und wichtig für dich hier am Wochenende? Am Kanal wollte ich schon sagen. Ja, was ist wichtig für dich am Kanal? Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch hier am Kanal auch noch so ein bisschen Anlegungen wünschen würdet. Das lese ich mir dann natürlich auch alles durch. Ideen, Anreize, Kritik, also kannst du gerne mal, kannst du dich gerne mal hier in den Kommentaren austoben. Wir schauen mal, was ist denn für dich am Wochenende wichtig? Die Fische, also A natürlich Geld, klar, aber die Fische auch Partner, Partnerschaft, Seelenpartner, alles ist im Fluss. Also eine Karte, wo ich jetzt, wenn es ganz besonders nur um dich geht, auch sagen würde, schau mal, dass für dich die Dinge am Wochenende im Fluss sind, dass du dich den Dingen widmest, wo du sagst, ja, die tun mir gut, das mache ich gern, da freue ich mich drauf, da kann ich was für mich machen, dass auch die Dinge im Fluss sind mit anderen hier, Lösungen suchen, Dinge neu anfangen. Da passen die Fische ja eigentlich auch schon ganz gut dazu und wir schauen mal weiter. Was kriegen wir denn da noch? Was kriege ich gleich von oben rein? Wir schauen mal. So, oh, da bist ja auch schon du gefallen. Sehr, sehr schön. Ja, wenn ich frage, was ist für dich wichtig und richtig, da geht es um dich natürlich ganz klar, da geht es darum, dass für dich die Dinge im Fluss sind. Also es ist ja auch nicht egoistisch, wenn ich dir sage, du darfst erst mal schauen, was ist für dich wichtig, was tut dir gut, was du so machst, ja, und dann kannst du auch in deine Kraft kommen, in deiner Mitte sein, in deiner Leichtigkeit sein, wenn du dir die Dinge leicht machst, kommst du auch in deine Leichtigkeit hinein. Wenn du ständig so eine Schwere hast oder dich mit Problemen und Themen beschäftigst, dann kannst du ja gar nicht in deiner Leichtigkeit sein, weil du es ja schwer hast. Wir wollen ja keine Schwere, wir wollen Leichtigkeit. Und hier geht es auch ums Ankommen. Der Anker, ja, das ist die Karte fürs Ankommen, für Sicherheit, für Halt haben, Selbstsicher sein, Selbstwert, Selbstliebe, vielleicht auch so ein Thema, so ein Stichwort, dass du jetzt am Wochenende auch mal ganz speziell schauen darfst, okay, wo sind für mich die Dinge im Fluss, wo nicht, was kann ich da anders machen, wo kann ich hier eine Lösung haben, dass es in der Liebe auch schön weitergeht für mich, sondern ich nicht ständig gegen den Berg laufe, weil ich mit meinem Herzblatt nicht vorwärts komme, also auch hier eine schöne Energie an der Stelle, dass du schauen darfst, bist du stabil und bist du bei dir selber angekommen oder bist du immer bei jemandem anderen angekommen? Na, so, wir schauen aber natürlich auch jetzt nochmal rein, was sagt da überhaupt die geistige Welt dazu? Die Spannung steigt. So, aha, die Mäuse. Es geht also schon auch, jetzt bin ich wieder an der oberen Reihe angekommen, du darfst auch wirklich, sagt die geistige Welt, schauen, wo habe ich Schwund, Verlust, Zerfall, Kummer, Sorge, was nagt denn so an mir, das ist ein bisschen übertragen, so wie hier oben auch, Rutenfuchs sei schlau, schau mal drauf, wo hemmt und bremst es mich denn im Leben, weil die Mäuse, ja, das ist schon irgendwie so eine nervige Karte, also die geistige Welt sagt da schon, ach, nochmal der Anker, schau mal, dass du wieder irgendwie bei dir ankommst, also ich entnehme diesen Karten schon, dass du aktuell ein Thema hast, wo du sagst, na, ja, da müsste es irgendwie mal weitergehen, vorwärts gehen, das nagt an mir, das beschäftigt mich irgendwo, da muss ich jetzt eine Lösung finden und die Energie am Wochenende dafür, für dieses Lösung finden, ist sehr, sehr, sehr gut, also du solltest diese Energie wirklich nutzen und nimm dir am Tag einfach mal eine Viertelstunde nur für dich alleine, eine Zeit, um dir darüber Gedanken zu machen und in dich hineinzuhören, ja, dann spürst du in ein paar Themen rein, die du so hast und dann wird dir dein Körper ganz schnell sagen, ja, das Thema fühlt sich gut an, das Thema fühlt sich irgendwie, ach, nicht so gut an und dann greifst du da an und schaust du das ganz speziell an und dann schaust du, ob du hier eine Lösung findest oder ob du etwas anders machen kannst, ja, hier der Vogel, also du hast jetzt keinen Vogel, sondern das ist die Vogelperspektive, schau dich mal selber von oben an, deine ganzen Situationen, wie nimmst du dich wahr, wie fühlen sich diese Themen an für dich, kommst du da vorwärts, wird das was oder kannst du da was abgeben, weggeben, anders machen, also eine ganz, ganz, ganz interessante Energie jetzt hier am Wochenende und ich kriege die Karte nicht vom Tisch, die Eule, die will einfach sitzen bleiben, ich kriege sie nicht ab, so, okay, wir wollen natürlich schauen, was sagt uns denn die Eule des Tages oder die Eule des Wochenendes jetzt hier, da ist sie auch schon, tada, ja, ist es nicht Zeit für einen Mutausbruch, okay, das ist super interessant, Mutausbruch, das heißt, ja, wenn du in deinem Sein, in deinem Tag, in deinem Leben, ja, immer halt irgendwie funktionierst und sagst, ja, jetzt muss ich dies, dann muss ich das, dann muss ich da, ne, ich mach's alles so, weil ich's schon immer so mach, nervt mich zwar manches, aber ich mach's halt einfach, dann ist es Zeit, mal die Bremse zu ziehen und zu sagen, so, ich steig jetzt hier mal aus, aus diesem Trott, ja, ich nehm die Zeit, die ich habe im Leben, mal wieder mehr bewusst wahr und nutze sie für mich, weil du fühlst dich bestimmt auch angesprochen, wenn ich zu dir sage, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit, ja, und das hat einfach damit zu tun, dass du eine Routine entwickelt hast in deinem Leben, in der du immer wieder die gleichen Dinge machst und somit nimmst du die Zeit auch gar nicht wirklich mehr wahr und dann fragst du dich am Ende des Jahres, ach, jetzt ist das Jahr schon wiederum, also steig mal aus aus dem Trott, den du da so hast, mach mal neue Dinge, mach mal was Mutiges, such hier mal eine Lösung, schau mal an, was nervt dich, schau, dass du bei dir ankommst, in deiner Stabilität bist, etwas machst, was dir gefällt, Liebe hier, die Selbstliebe nehme ich da auf jeden Fall noch wahr und somit haben wir eine schöne Wochenendenergie und ich sage euch, ich habe euch alle lieb, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns hier dann beim nächsten Video, ciao.